Neu bei Burgbazus 30, unser Systemprogramm in neuem Gewand. Sie können zwischen verschiedensten Oberflächenausführungen, Designausprägungen als auch Griffen wählen, wie beispielsweise hier zu sehen in Rahmenoptik. Des Weiteren hat der Kunde die Möglichkeit im Spiegel- als auch Spiegelschrankbereich Beleuchtungsoptionen und Höhen zu wählen. Darüber hinaus kann er zwischen drei verschiedenen Waschtischmaterialien wählen. Keramik, Mineralguss und Glas. Hierzu sehen die Keramik mit nur 12 mm Materialstärke. Eine ganz große Innovation bei Burgbazus ist der maßflexible Keramikwaschtisch, der es zulässt, dass der Kunde ganz individuell die Länge des Waschtisches bestimmt mit umlaufend lasierter Kante. Der Kunde hat auch im Ergänzungsschrankbereich eine große Auswahl, wie beispielsweise hier zu sehen ein Hochschrank mit zeitlich offenem Regal, der im Badezimmer ein enorm großes Volumen an Stauraum bietet.